Mh mh Hey, Kinder, was geht denn bei euch ab? Willkommen zu einem Ankündigungsvideo Kommende Woche, Donnerstag Das Datum habe ich vergessen, aber ich bende es hier ein Nicht in meinem Gesicht Findet der nächste Community Abend statt Ja, richtig, Girl Der letzte ist ungefähr Noch nicht mal ganz ein Jahr her Und schon kommt der nächste Strukturierter geworden Die Akustik hier ist viel besser im kackbraunen Wohnzimmer Das sieht nur so aus wie ein Fleck, das ist Licht Guck mal die Schildkröten, hey Wenn mein Papa eine Schildkröte gewinnt, dann bekomme ich eine Schildkröte Ich bin eine Schildkröte I gotta fuck you Oh mein Gott Ihr müsst immer gucken, wenn ich rumlaufe, welche Schildkröte Was macht denn jetzt da? Kommende Donnerstag, das Datum habe ich ja vorhin einblenden lassen Um, wir beginnen den Spaß um 20 Uhr Weil ich nämlich noch bis 19.15 Uhr Vorlesungen habe und ähm Ja, ich nach Hause, das war ja gar nicht Wir werden CSGO spielen TeamSpeak Daten stehen hier unten in der Beschreibung Ähm Jeder, der Lust hat, kann mitmachen Ich weiß noch nicht, ob ich aufnehmen Wenn die Gruppe arg voll ist, wird es vielleicht scheiße Wenn sie arg leer ist, auch Ich muss gucken Ein Spiel werde ich denke ich schon aber aufnehmen, mindestens eins Also eine Runde Falls ihr auch einen Youtube-Kanal habt, könnt ihr natürlich gerne auch aufnehmen Äh, da können wir uns verlinken Cross Promotion und sowas Dann sind wir alle berühmt neue Also am Tag nach dem Upload der ganzen Videos So weit, so gut Ich freue mich, dass Counter Strike so gut ankommt Das finde ich sehr cool, wollte ich noch sagen, vielen Dank Macht mir Spaß Ich habe mir generell vorgenommen, dass ich auf dem Kanal nur noch Sachen mache Die entweder mir Spaß machen Oder die euch sehr gefallen Die ihr mir vorschlagt praktisch, die ihr gerne sehen wollt Ich habe eben das öfter schon mit Sachen begonnen Sachen angefangen, Sachen probiert In der Hoffnung, dass einfach meine Reichweite damit wächst Und man geht halt da dran Und das macht nicht wirklich Spaß Und man merkt einfach, dass es keinen Spaß macht Deswegen, wenn ich noch Themen und Spiele behandle Die ihr euch wünscht Oder Sachen, die ich von mir aus Also jetzt wie Counter Strike, dass ich sage Oh mein Gott, da bin ich eh schon voll der Fan Und die Videos, die ich aufwändiger produziere Erscheinen eben dann immer so peu a peu Da habe ich einiges noch in die Kamera Unter anderem Und ja, das muss ich alles noch fertig machen Und hin und her ist voller Krampf Aber das sind tatsächlich dann die Sachen Die für mich eben dieses Die für mich den Kanal ausmachen Natürlich ist jedes Video für sich ein Meisterwerk Aber das sind die richtigen, die Perlen Aufgrund der erreiche ich mich auch auf jeden Fall als Und jetzt lacht nicht, als Künstler Als Künstler sehe Ja, ich bin Künstler Musik, Komik, alles Imitation, Dumbumble Und ja, diese normalen Sachen mit Spielen sind natürlich Das ist halt nichts Besonderes Das kann einfach, macht halt jeder, kann jeder Aber ich finde, es gibt einfach Sachen Dafür braucht man eine gewisse künstlerische Ader Und ja Und das sind die Videos, die eben den Kanal ausmachen Ich finde es auch cool, dass ihr die Thumbnails so toll findet Unter der Sonnenbrille gucke ich aber eigentlich immer so Ja Aber so ist es halt Also von daher, das war es eigentlich Also ich freue mich auf euch Donnerstag 20 Uhr Teamspeak-Daten steht wie gesagt irgendwo im Pfff In der Beschreibung Mal wieder dieser extrem berühmte YouTuber-Abgang Wartet kurz Seine Kunst das zu können Achtung und Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Tschau Bis zum nächsten Mal.